Es ist immer wieder lustig und sehr, sehr unterhaltsam, Menschen dabei zuzusehen, was die alles unternehmen, um zum ersten Mal zu gelangen. Und die schönsten Studien kann man immer noch betreiben, wenn man in eine Disco geht. Da kann man nämlich Menschen dabei zusehen, die sich lustig zur Musik bewegen. Gruppe 1 der lustigen Tänzer, das sind die Pärchen. Die haben nur eine Tanztee drauf und der sieht so aus. Tipp! Dieser Tanztee geht immer. Rock'n'Roll, Cha Cha Cha, Tango, Foxtrot, Techno, Heavy Metal, Death Speed, Trash Metal. Sieht scheiße aus, macht aber Spaß. Gruppe 2 der lustigen Tänzer, das sind die Arhythmiker. Das sind diejenigen, die unglaublich viel Rhythmus in sich haben, es aber nicht veräußern können. Und das sieht dann immer so aus. Dieser Tanztee ist komplett unabhängig von Aussehen, IQ und Einkommen. Neulich habe ich in einem Club einen Typen gesehen, der sah besser aus als Brad Pitt und George Clooney zusammen. Und er tanzte so. Und da hörte ich nur, wie die eine Frau zur anderen sagte, also wenn er genauso vögelt, wie er tanzt, na dann gute Nacht, Marie. Aber die Abräumer, die Checker, die Durchblicker, das sind die Latinos, die Kubaner. Die kommen in einen Club, stellen sich an den Rand der Tanzfläche und dann begutachten sie das anwesende Frauenmaterial. Irgendwann haben sie sich für einen entschieden, gehen auf sie zu, machen ganz kurz. Und dann tanzen sie. Sie sehen, hier wird nur bewegt, was wirklich auch bewegt werden muss. Am Ende eines solchen Tanzes macht er nochmal. Und alle gehen mit. Bis auf eine. Paco, Pablo, Pedro, wie auch immer er hieß, ist ganz cool und locker geblieben. Und dann hat sein Hemd noch zwei Knöpfe weiter geöffnet, hat sein Toupet rausgeholt, sich kurz aufgepumpt und fröhlich und selbstbewusst zu ihr gesagt. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love Didила, We Did'en Show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Kommt, lasst hier eure Hände. Da, da, da. Hey, 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 hey. Da, da, da. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja! Hey, hey! Hey, Muchachos! Hey, Compañeros! Hör auf in die blöde Klatsche! Muchachos, Compañeros, Signorinas y Signoras, Macaroni e Spaghetti Jetzt kommen wir zu Teil von den Abends, auf die ihr die ganze Zeit schon gewartet habt Nämlich Publikum mitmachen So, ich möchte hören von den Signorinas Aha Nochmal Okay, jetzt die Männer Jetzt ist klar, warum ihr gehabt habt, so lange keine Sex Du musst nicht an deine eigene Frau denken Und Zusammen So, so, du denkst, es ist suspekt Und du denkst, es ist nix mehr gleich Und die Sonne wandert schnell So, du denkst, du denkst,... Da, da, da!